Wir beginnen wie üblich mit meiner Begrüßung. Die Begrüßung geht natürlich an Sie alle, die hier im Saal sind, aber vor allem wieder an die Bevölkerung, die draußen an den Bildschirmen sitzt. Unsere Schlichtung, das Verfahren, hat ja ein großes Echo gefunden. Wir wollten ja wirklich totale Transparenz und Öffentlichkeit herstellen. Deswegen ist es vielleicht auch bei dieser letzten Sitzung richtig, wenn ich den Zuschauern die Teilnehmer an der Schlichtungsrunde vorstelle. Ich fange jetzt mal aus meiner Sicht rechten Seite an, Herr Rockenbauch. Der Hannes Rockenbauch ist Stadtrat und Mitglied der SÖ ist Stuttgart. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig hinkriege. Stuttgart, ökologisch-sozial. Ist das richtig? Sehr gut. Bei meiner letzten Vorstellung habe ich mit sozialistisch angefangen. Aber es ist in der Tat ein Unterschied zwischen sozialistisch und sozial. Da stimmen wir sicher überein. Dann Herr Winfried Kretschmann, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, der Werner Wölfle, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der Stadtratsfraktion der Grünen in Stuttgart, Frau Dr. Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND von Baden-Württemberg, Herr Peter Konradi, allseits bekannter Architekt hier in Stuttgart und darüber hinaus und langjähriger Bundestagsabgeordneter der SPD, Gangolf Stocker, der Initiator der Initiative Leben, Initiative in Stuttgart gegen Stuttgart 21 und Herr Klaus Arnoldi. Es ist wieder zu klein gedruckt, um das genau lesen zu können. Es ist immer wieder dasselbe als Verkehrsklub Deutschlands, sage ich mal so, ganz allgemein. Dann komme ich auf die linke Seite. Damit müssen Sie sich abfinden, da Sie jetzt hier links sitzen. Das ist Johannes Bräuchle vom Bündnis der Befürworter. Wir sind Stuttgart 21, seines Zeichens und von Berufs wegen evangelischer Pfarrer. Dann Herr Thomas Bob, Landtagsabgeordneter, Vorsitzender des Verbandes der Region Stuttgart. Tanja Gönner, die Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in Baden-Württemberg. Die Ministerien wechseln in ihren Namen ständig. Und jedes Mal, wenn ein neuer Ministerpräsident kommt, dann gibt es neue Ministerien mit neuen Namen, die zum Teil ganz unglaubliche Formulierungen haben. Aber nicht hier in Baden-Württemberg, das will ich ausdrücklich sagen. Dann kommt Stefan Mappus, Landtagsabgeordneter und Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Bei der ersten Sitzung habe ich ihn vergessen. Das war aber für mich nach wie vor unerklärliches Versehen, dass das passiert ist. Aber es hat ihm mit Sicherheit überhaupt keinen Abbruch getan. Dann kommt zum ersten Mal bei uns ist Dr. Rüdiger Grohe. Grube, was sage ich denn? Dr. Rüdiger Grube, Entschuldigung. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG. Er sitzt an der Stelle, an der sonst Herr Leuschel sitzt, der hinter ihm Platz genommen hat. Herr Grube, ich darf einige Bemerkungen zu Ihnen machen. Sie sind zum ersten Mal da. Ich finde es gut, dass Sie sich jedenfalls für das Ergebnis der Schlichtung interessieren. Ich darf bei der Gelegenheit aber darauf aufmerksam machen, dass wir hier, vor allem das Büro, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich im Zusammenhang mit der Schlichtung eine Menge zusätzliche Vorschläge bekommen haben. Diese Schlichtung hat sich auch beschäftigt mit positiven Vorschlägen, wie alles mögliche verbessert werden kann. Und die Zuschauer, die haben mir also eine ganze Reihe von über die Schlichtung und das Thema der Schlichtung hinausgehenden Vorschläge gemacht. Also dazu gehört zum Beispiel, dass es bessere Parkplätze geben sollte bei den Bahnhöfen. Dann der Kaffee in den ICE-Zügen ist von zu verbessernder Qualität. Ich will das mal so sagen. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, nicht? Wann hat man schon mal die Chance, so etwas zu sagen? Vor allem, wenn man ständig mit der Bahn fährt, wie das bei mir der Fall ist. Dann die Hotlines sind ein echtes Ärgernis, nicht wahr? Weil man einfach Minuten braucht, die noch teuer bezahlt werden müssen, obwohl das jetzt verboten wird, nicht? Auf Initiative des Deutschen Bundestages, bis man überhaupt mal an die richtige Stelle kommt, wenn man zum Beispiel was verloren hat, nicht wahr? Kommt man nicht dorthin, wo man eigentlich will, sondern man landet in einer Hotline und dann wird einem gesagt, also mit dem Fundbüro der Bahn, dem Bahnhof Mannheim zum Beispiel, kann ich Sie leider nicht verbinden. Wir melden uns wieder, sobald wir etwas hören. Ich habe mal was verloren. Ich habe 14 Tage lang nichts gehört. Und das kann man sicher auch verbessern. Aber es ist eine Frage des Personals. Dann ein großes Ärgernis besteht in der Gestalt dieser Automaten. Ich war also früher zum Schalter gegangen und habe eine Fahrkarte gekauft. Jetzt muss man zu einem Automaten. Da besteht aber regelmäßig die Gefahr, wenn Sie zum Beispiel nach Heilbronn wollen, dann drücken Sie auf den falschen Knopf und dann landen Sie im Pforzheim. Das ist natürlich für viele nicht gerade angenehm. Es ist auch etwas Lobenswertes zu sagen, nämlich Ihre Service Center, die Sie eingerichtet haben, die funktionieren deswegen ganz gut, weil man eben sich in den Service Centern mit Menschen unterhalten kann, die einem sagen, wie man am schnellsten und am billigsten dorthin kommt, wo man hin will. Mir hat der Manfred Rommel mal Folgendes erzählt. Da stand eine Frau in Veihingen an der Enz und hat den Schaffner gefragt, wie komme ich denn am schnellsten nach Pforzheim? Wann fährt der nächste Zug hier vorbei? Da sagt der Schaffner, in fünf Minuten der Schnellzug und in 20 Minuten der Personenzug. Da sagt die Frau, und ich empfehle Ihnen den Personenzug, sagt der Schaffner. Da sagt die Frau ja eigentlich, warum? Der kommt doch 20 Minuten später. Da sagt er, aber der hält hier. Das war eine exakte Information, die kriegt man eben auch an Ihren Service Centers. Und so gibt es halt eine Mischung von Reaktionen auf die Eisenbahn, auf die deutsche Bahn, wie sie jetzt heißt, die ja im Grunde genommen alle lieben. Zumindest also diejenigen, die eben ständig auf die Bahn angewiesen sind. Und deswegen wünsche ich Ihnen als Vorsitzende der Bahn, aber vor allem der Bahn selber, natürlich eine gute Zukunft. Und da ich das schon mal geschlichtet habe, passen Sie auf die Lokomotivführer auf, dass die ordentlich bezahlt werden und keine Probleme haben wie unter Ihrem Vorgänger. Das muss ich noch hinzufügen. So, also jetzt bei der Schlichtung. Ach so, ja, jetzt muss ich jetzt. Aber der Herr Käfer ist schon so bekannt, nicht wahr, durch die Schlichtung, nicht wahr, dass ich. Ja, ja, das ist die, er ist der technische, ist der technische Vorstand. So, das wollen wir das mal sagen. Aber er legt Wert darauf, dass er auch noch zuständig ist für Infrastruktur, glaube ich, nicht? Und so weiter und so fort. Aber er hat die, Herr Grobel, das wollte ich Ihnen mal sagen, einen besseren Mann hätten Sie für die Vertretung der Bahn nicht herschicken können. Wobei ich jetzt gar nicht sage, dass sie immer Recht gehabt hat, nicht? Das muss ich ja, das muss ich ja fairerweise sagen. Dann der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Herr Schuster. Wir freuen, dass Sie hier sind, in Stuttgart und nicht in Mexiko. Das ist, das war aber nur eine kurze Episode, nicht? Das gebe ich zu, sonst haben wir uns ja mit Ihnen gut unterhalten können. Ich bedanke mich auch persönlich für Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Wir haben uns verabredet, dass wir jetzt eine Art Schlussplädoyers halten. Und zwar, dass von jeder Seite ungefähr ein Zeitkontingent benutzt wird von 35 Minuten. Wir sind, jede Seite hat sieben Vertreter, Delegierte oder Mitglieder dieser Schlichtung. Und das Bündnis hat angeregt, oder Sie, die wollen das so machen, nicht wahr, dass jeder ungefähr fünf Minuten eine abschließende Stellungnahme abgibt. Und das würden wir eben bei Ihnen auch vorschlagen. Das ist auch so besprochen. Und deswegen gebe ich einmal den Befürwortern, also den Projektbefürwortern für Stuttgart 21 zunächst das Wort. Und es beginnt der Herr Dr. Käfer, dann kommt Herr Bob, dann der Oberbürgermeister, dann der Herr Bräuchle, die Frau Minister, Ministerin und der Ministerpräsident. Aber ich möchte Sie bitten, dass Sie sich ungefähr an die Zeit halten, also nicht über fünf Minuten hinausgehen. Darf ich Herrn Dr. Käfer bitten? Bitte schön. Sehr wohl. Ja, vielen Dank, Herr Geisler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Vorsitzender, es ist eine große Ehre für mich, die Abschlussplädoyers hier beginnen zu dürfen. Und Herr Geisler, vielleicht noch einen organisatorischen Hinweis. Nachdem wir ein paar Vorträge weniger haben als die Projektkritiker, könnte es sein, dass sie ein bisschen länger sind. Aber wir werden versuchen, trotzdem die Gesamtzeit für die Vorträge einigermaßen einzuhalten. Ich würde gerne in meinem kurzen Abschlussplädoyer folgende Inhalte streifen. Ausgangssituationen, dann behandelte Themenbereiche und Ergebnisse. Ich würde eine Projektwertung versuchen. Ich möchte gerne kurz sprechen über etwas, das ich den gesellschaftlichen Grundkonsens genannt habe. Aktionen für die Zukunft, auch ein persönliches Resümee und natürlich eine Danksagung. Was war die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation für uns als Bahn war, dass wir bis zum Frühjahr 2010 eigentlich ein normales Projekt hatten. Und normal verstanden wir, die Finanzierung war festgezurrt. Wir hatten Planfeststellverfahren, nicht alle zu 100 Prozent, also zum großen Teil durchlaufen. Und insofern hat sich für uns die Welt sehr schlagartig und abrupt verändert, wie dann die Proteste gestartet sind im Frühjahr und ihr Maximum, ihre Eskalation erreicht haben beim Fällen der Bäume für das Grundwassermanagement. Die Einsicht aller Beteiligten war, es ist eine Befriedung nötig. Und dazu wurde diese Fachschlichtung unter dem Motto Fakten auf den Tisch ins Leben gerufen. Die Motivation für uns als Bahn war, dass wir Argumentationslinien statt Schlagworte in der Öffentlichkeit diskutieren wollten. Wir wollten die direkte Diskussion mit Ihnen als Kritikern und wir wollten auch Öffentlichkeit, um diesen Argumenten möglichst ein Maximum an Gehör zu verschaffen. In den einzelnen Themenbereichen würde ich das, was wir diskutiert haben, aus unserer Sicht folgendermaßen zusammenfassen. Zunächst einmal zur strategischen und verkehrlichen Bedeutung unseres Projektes. Wir wollen insgesamt deutlich mehr als 12 Millionen zusätzliche Fahrgäste auf die Schiene holen. Dazu brauchen wir eine Verbesserung des Verkehrsangebotes. Und dies erreichen wir durch Direktverbindungen über den Hauptbahnhof, höhere Taktfrequenzen und vor allem verkürzte Fahrzeiten im Fern- und Regionalverkehr. Dabei spielt die Neubaustrecke eine zentrale Rolle, denn ohne sie könnten die höheren Taktfrequenzen und die verkürzten Fahrzeiten nicht realisiert werden. Aus unserer Sicht gehören also Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen zusammen. Das Alternativkonzept K21 wurde ebenfalls in einer Sitzung ausführlich diskutiert. Die Feststellung aus der Diskussion ist, dieses Konzept ist technisch machbar. Jedoch sagen wir, dass dafür hohe Investitionen erforderlich sind, deutlich über drei Milliarden Euro, die Finanzierung völlig offen ist und nach unserer Schätzung ein Zeitverzug von circa 15 Jahren entstehen wird. Die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen ist auch bei diesem Alternativkonzept nötig, da ansonsten kaum verkehrliche Verbesserungen gegenüber heute entstehen und sich dann überhaupt die Frage stellen würde, warum würde dann ein solches Projekt insgesamt Sinn machen. Wir haben in der Folge dann Fragen zur Ökologie, Geologie und das Grundwassermanagement diskutiert. Feststellung von unserer Seite ist, S21 ist ein ökologisches Projekt, weil Eingriffe in die Natur durch Ersatzmaßnahmen ausgeglichen werden, 100 Hektar Fläche im Stadtzentrum für eine ökologische Entwicklung bereitgestellt werden, wir durch die Tiefbauweise einen deutlich verbesserten Schallschutz haben und mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Bei der Geologie ist anzumerken, dass es wohl kaum ein Projekt gegeben hat in der Vergangenheit, was so ausführlich untersucht wurde, circa jeweils 1.500 Bohrungen für Stuttgart 21 und die Neubaustrecke, 1.900 Feldversuche und 25.000 Laborversuche sind ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, was da im Vorfeld passiert ist. Wir haben hinzukommend einen Erfahrungsübertrag aus anderen Tunnelbauwerken und die Umsetzung aller Erkenntnisse in der Planung. Grundwassermanagement, ebenfalls ein sehr heiß diskutiertes Thema. Dazu wurde ja, wie ausgeführt wurde, vor über 20 Jahren ein Arbeitskreis Wasserwirtschaft gegründet, wo in bislang einzigartiger Weise Bauherr, Ingenieurbüros, Behörden und Landesgutachter zusammenarbeiten in 120 Sitzungen und so das umfangreiche und umfassende Grundwassermanagement geplant haben, dass während der Baudurchführung der Schutz der Heil- und Mineralwasserquellen gesichert bleibt. Fahrplan, Betriebskonzepte und Sicherheit ebenfalls, heiß diskutiert in einer Hauptsitzung und nochmal in einer sogenannten Restantensitzung. Wir sind der Meinung, dass der Fahrplan von Stuttgart 21 die Anforderungen der Zukunft erfüllt. Wir haben aber auch konstatiert, dass weitere Optimierungen möglich sind, und zwar einmal in dem Umgang mit Betriebseinschränkungen, wenn wir beispielsweise einzelne Gleise in den Tunnelröhren gesperrt haben und in der Untersuchung von Auswirkungen von Einzelverspätungen auf die Betriebsstabilität. Dort habe ich eine Zusage gemacht, dass dieses weiter untersucht wird und betrachtet wird. Anpassungen im Konzept, sowohl fahrplantechnisch wie auch infrastrukturell, sind möglich. Und wir haben dazu ja Zeit bis zum Ende dieses Jahrzehnts, wenn tatsächlich das Projekt in Betrieb gehen soll. Bei der Sicherheit gibt es nur eigentlich eins anzumerken. Wir haben dort diskutiert, die Neigung des Bahnhofes und die Tunnelstrecken. Und da ist von unserer Seite ganz klar das Statement, Herr Dr. Geister, wir stellen die Sicherheit im Betrieb des Bahnhofs und der Tunnel kompromisslos sicher und werden das in weiteren Diskussionen auch nachweisen. Die Kostenüberprüfung am Ende durch drei Wirtschaftsprüfer brachte eine Bewertung, wo man das Einsparpotenzial als eher optimistisch bezeichnet hat. Aber man hat auch gesagt, dass wir heute keine Anzeichen haben für eine Überschreitung des Finanzierungsrahmens von 4,5 Milliarden Euro. Das ist die heutige Bestandsaufnahme und alles Weitere für die Zukunft bezüglich Chancen und Risiken ist damit ein Stück weit im Bereich der Spekulation. Die Wirtschaftlichkeit für Stuttgart 21 und die Neubaustrecke sind unter den gegebenen Randbedingungen gesichert, genauso wie die Finanzierung für diese beiden Projekte. Ausstiegskosten aus Sicht der Bahn betragen 2,8 Milliarden Euro bei 500 Millionen Gegenfinanzierung aus den Bestandsnitzmitteln. Aber dem würde bei einer Abkehr von dem Projekt keine zusätzlichen Einnahmen entgegenstehen aus Mehrverkehren. Kommt man damit zu einer Gesamtwertung des Projektes, muss man konstatieren, dass wir auf der einen Seite ein Projekt haben, Stuttgart 21, was durchgeplant, finanziert und bis 2019, 2020 realisiert ist, was sicherlich in Einzelpunkten noch verbessert werden kann und verbessert werden wird. Und diesem Projekt steht entgegen auf der anderen Seite ein Konzept K21 nicht beplant, geschweige den Plan festgestellt und auch nicht finanziert. Es besteht aus einer Ansammlung von einer ganzen Reihe von Einzelideen, die wohl technisch machbar sind, aber von der Genehmigungsseite her problematisch. Und der Versuch einer Realisierung von K21 würde aus unserer Sicht einen Verzug bis 2035 bedeuten. Es stellt sich damit natürlich auch dann die Frage nach den verkehrlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg. Aber da gibt es berufener als mich, um das zu beantworten. Was haben wir aus der Schlichtung gelernt? Wir, die Bahn. Wir haben hier einen Prozess durchlaufen in einer Tiefe und in einer Transparenz wie bisher noch nie. Wir haben alle wesentlichen Aspekte öffentlich dargestellt und diskutiert und haben sie damit der Beurteilung durch Kritiker, Gutachter und Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir glauben bzw. wir sind überzeugt davon, dass ein gesellschaftlicher Grundkonsens für Großprojekte nötig ist. Das hat diese Schlichtung ganz eindeutig gebracht. Warum ist das so? Das ist so, weil nämlich Risiken am Ende nicht von Einzelpersonen oder Gesellschaften getragen werden, sondern vor allen und der Nutzen kommt ebenfalls allen zuguten. Und um einen Einklang zwischen Legalität und Legitimität zu erzeugen, ist die Akzeptanz durch die Bevölkerung ratsam. Also, um gar nicht erst eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Punkten aufkommen zu lassen, sollten solche Großprojekte durch die Bevölkerung insgesamt akzeptiert werden. Dadurch entsteht dann Planungs- und Rechtssicherheit. Das Format der Fachschlichtung halten wir dazu für geeignet. Jedoch sollte dieses Format vor dem Planfeststellverfahren stattfinden und nicht danach. Und wenn es vorher stattgefunden hat, ist mit Sicherheit auch im Anschluss die Aufrechterhaltung des Konsenses nötig. Das heißt, man muss die Erläuterungen und Erklärungen, die man in einer solchen Fachschlichtung oder in solchen Runden gibt, regelmäßig erneuern, damit sie nicht verloren gehen oder vergessen werden. Was will die Bahn in Zukunft tun? Erstens, wir werden uns stärker öffnen im Zusammenhang mit solchen Schlichtungsverfahren. Wir wollen deutlich mehr Transparenz für solche Projekte erzeugen. Wir werden einzelne in der Schlichtung behandelnde Themenbereiche aufgreifen, auch solche Themenbereiche, die jetzt nicht unmittelbar mit der Schlichtung zu tun haben. Ich erinnere mich gut an einen Vortrag von Winfried Herrmann, der gesagt hat, der Güterverkehr ist etwas, was in Deutschland unbedingt gestärkt werden muss. Ich rede vom Güterverkehr auf der Schiene. Und hier wollen wir gemeinsam dafür kämpfen, dass wir nicht ein Entweder-Oder zwischen Güterverkehr und Stuttgart 21 schaffen, sondern ein Sowohl-als-auch zwischen diesen beiden Themenbereichen. Und wir wollen uns stärker um den gesellschaftlichen Grundkonsens bemühen, bei einzelnen Projekten, aber auch insbesondere bei kompletten Verkehrsstrategien, natürlich insbesondere Schienenverkehrsstrategien. Aber, meine Damen und Herren, wir wollen dabei auch fair behandelt werden. In der Schlichtung sind wir das, allermeistens, Herr Geißler, auch dank Ihrer Moderation. Und diesen Prozess in der Fairness hätten wir gerne fortgeführt. Wir haben natürlich darüber hinaus jeder von uns auch persönlich etwas aus der Schlichtung mitgenommen. Und ich möchte mir am Ende meines Vortrages das gerne noch gönnen. Was habe ich persönlich aus der Schlichtung gelernt? Das Erste ist, ich werde meinen persönlichen Grundwerten, jeder Mensch hat Grundwerte, zwei weitere hinzufügen. Das heißt, ich werde nicht meine Grundwerte aufgeben, aber ich werde ihnen zwei weitere hinzufügen. Nämlich Demut und Beharrlichkeit. Demut, um mich zum einen auf Diskussionen in Zukunft einzulassen, die ich sonst in dieser Form vermutlich nicht geführt hätte. Das habe ich bei dieser Schlichtung gelernt. Und Beharrlichkeit, um auch dann zu Lösungen zu kommen, wenn Standpunkte unvereinbar erscheinen. Erscheinen, nicht sind, sondern erscheinen. Und für beides waren Sie, Herr Geißler, ein exzellentes Beispiel. Ich kann mich an einige Gelegenheiten erinnern während dieser Schlichtung, wo Sie uns beide Grundwerte exzellent vorgeführt haben. Und daraus habe ich einiges gelernt. Am Ende möchte ich schließen mit einer Danksagung. Ich danke zunächst mal den Projektkritikern, ohne die das Projekt sicherlich nicht die öffentliche Transparenz hätte, die es heute hat. Das muss man Ihnen zugestehen und konstatieren. Ich möchte meinen Projektpartnern danken für ihre Kooperation in diesem Schlichtungsverfahren. Ich möchte auch einen Dank richten an meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bahn, die in sechs Wochen unermüdlich versucht haben, 15 Jahre Projekthistorie aufzuarbeiten und Herr Geißler einigermaßen verständlich darzustellen, auch wenn uns das nicht immer gelungen ist, aber wir haben uns zumindest bemüht. Und ich möchte natürlich auch den Projektunterstützern danken und allen Bürgerinnen und Bürgern, die uns durch ihre persönlichen Meinungsäußerungen, auch durch ihre öffentlichen Meinungsäußerungen, den Rücken gestärkt haben. Und am allermeisten, ganz am Ende, am allermeisten bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Geißler. Ohne Sie wäre eine solche Schlichtung nicht vorstellbar gewesen. Und nach dem, was ich vorhin ausgeführt habe, waren Sie mir dabei auch ein sehr guter Lehrmeister. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Käfer. Bevor wir jetzt weiter fortfahren, will ich mich darauf aufmerksam machen, dass wir nach dieser Plädoyer-Runde, also ich hoffe ungefähr in einer Stunde, dann eine Unterbrechung machen, auch von ungefähr einer Stunde, die wir einfach aus bestimmten Gründen brauchen. Ich will auch nochmal Gespräche führen mit jeweils den beiden Gruppierungen. Und dass wir uns dann anschließend wieder treffen. Und dann werde ich meine Meinung sagen zu unserer Schlichtung und ihrem Ergebnis. Und anschließend gibt es dann die Pressekonferenz. Und jetzt darf ich das Wort erteilen dem Herrn Bob. Ja, Herr Dr. Geißler, wir würden gerne... Wir brauchen also nicht mehr ins Pult gehen, wer ins Pult gehen will. Dem ist es völlig unbenommen. Aber Sie können auch vom Platz aus reden. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Geißler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Dr. Geißler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Gertzinger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist noch nicht mehr in der Region Stuttgart die Rede gewesen. Und wie ich finde, zu Recht. Denn unsere S-Bahn wird mittlerweile von circa 340.000 Fahrgästen pro normalem Werktag genutzt. Also nur die S-Bahn. Ohne Stadtbahnen, Regionalzüge und Busse. Würde es diese S-Bahn nicht geben, so hätte sich die Region Stuttgart als Wirtschafts- und Lebensraum nie so entwickeln können. Denn 340.000 Leute zusätzlich pro Tag auf der Straße oder in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wäre schlichtweg nicht darstellbar. Ich habe deshalb einen hohen Respekt vor denjenigen, die in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts den Mut und die Weitsicht hatten, diese S-Bahn zu bauen. Es wurden mehrere Milliarden Euro investiert und etwa neun Kilometer Tunnel oder Tunnel, je nachdem, wie wir es aussprechen wollen, mitten in der Stadt gebaut. Diese sind zum Teil deutlich tiefer als diejenigen, die wir jetzt bauen wollen. Und seit 1978 hat Stuttgart deshalb bereits einen Durchgangsbahnhof, nämlich für die S-Bahn. Und mittlerweile ein sternförmiges S-Bahn-System mit sechs durchgebundenen S-Bahn-Linien und einer Streckenlänge von insgesamt 195 Kilometern. Mit Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm können wir die S-Bahn nochmal deutlich verbessern. Ich nenne nur zwei Beispiele. Die Ausdehnung der S-Bahn ins Filztal. Und damit heilen wir dann endlich den Geburtsfehler, dass der Kreis Göppingen bisher nicht ins S-Bahn-Netz eingebunden ist. Und die Verlängerung der S-Bahn über den Flughafen und Bernhausen hinaus nach Neuhausen. Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Und dazu brauchen wir ein gutes Verkehrsangebot im Fern- und Regionalverkehr. Und damit bin ich zweitens beim Regionalverkehr, der über den Radius der S-Bahn weit hinausgeht. Mit dem neuen Durchgangsbahnhof S21 schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass mittelfristig ein Netz durchgebundener Regionalexpresszüge möglich wird. Ganz entsprechend dem S-Bahn-Netz, aber eben mit einer deutlich größeren Reichweite. Damit verdoppelt sich der Einzugsbereich der Region Stuttgart von heute 2,6 Millionen Menschen auf über 5 Millionen Menschen in der Metropolregion. Und an dieser Stelle reden wir von einem Jahrhundertprojekt. Wir haben die Entscheidung für eine neue Infrastruktur getroffen, deren vollständiger Nutzen zum Teil erst in vielen Jahren eintreten wird. Genau wie bei der S-Bahn. Wir sollten heute den gleichen Mut und dieselbe Weitsicht haben wie die S-Bahn-Pioniere vor 40 Jahren. Drittens, der Fernverkehr. Die Einbindung des Industrie- und Wirtschaftsstandorts Region Stuttgart in das europäische Schnellbahnnetz ist für die weitere Entwicklung enorm wichtig. Ja, sie ist sogar die Voraussetzung dafür, dass wir unseren Wohlstand halten können. Dass man Fern- und Regionalverkehr in einem dicht besiedelten Raum wie der Region Stuttgart gemeinsam betrachten muss, zeigen die schon gebauten Schnellfahrstrecken Köln-Frankfurt und Mannheim-Stuttgart. Mit einer Fahrzeit von knapp 40 Minuten ist Mannheim in eine Pendlerentfernung an Stuttgart herangerückt. Viele Menschen pendeln zwischen eben diesen Räumen, und zwar eben auf der Schiene und nicht wie früher auf der Straße. Zwischen Stuttgart und Ulm ist das heute leider noch nicht so. Stuttgart 21 und die Neubaustrecke um Ulm-Wendlingen eröffnen uns diese Zukunftschance. Und viertens und letztens die Raumplanung. Der Regionalplan des Verbands Region Stuttgart fordert den schonenden Umgang mit Flächen und formuliert als Ziel der Siedlungsentwicklung die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Bevor also Flächen für Wohnen und Gewerbe in der freien Landschaft erschlossen werden, sollen alle Möglichkeiten der Bebauung im Innern von Städten und Gemeinden ausgeschöpft werden. Und dies ist beim Projekt Stuttgart 21 in vorbildlicher Weise der Fall. Durch den Wegfall der Gleise in der Stuttgarter Innenstadt werden große Flächen für Parkerweiterung und Wohnungsbau frei, sodass die Stadt auf geplante Neubebauungen am Rand der Stadt verzichten konnte. Stuttgart 21 ist also das größte Innenentwicklungsprojekt unserer Region, vielleicht sogar des ganzen Landes. Nur dieses Projekt bietet der Stadt Stuttgart die Chance, die schweren Eingriffe, die vor 100 Jahren mit den Gleisanlagen in das Stadtgefüge gemacht wurden, wieder zu beseitigen und die Stadtteile Stuttgart Nord und Ost wieder zu vereinigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in der Fach- und Sachschlichtung intensiv über Betriebsprogramme und Fahrpläne für das Jahr 2020 diskutiert. Mit Ihrer Unterstützung, Herr Dr. Geisler, wurde das Projekt in einer sehr verständlichen Weise aufbereitet. Das ging oft sehr ins Detail, aber das war wichtig. Es ist aber genauso wichtig, dass wir uns mit Stuttgart 21 für eine Lösung entschieden haben, die weit über 2020 hinaus Perspektiven und Optionen hat, und zwar für Entwicklungen, die wir heute noch gar nicht absehen können, eben genauso wie damals bei der mutigen und vorausschauenden Entscheidung für die S-Bahn. Ich bin mir am Ende unseres Fach- und Sachschlichtungsprozesses sehr sicher, dass das Projekt Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen die beste Lösung ist und ein wichtiges Zukunftsprojekt für unsere Region Stuttgart. Ich bedanke mich sehr für Ihre vermittelnden Bemühungen und bei Ihnen für Ihr Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bob. Jetzt gebe ich das Wort an den Oberbürgermeister. Ich will mich an dieser Stelle schon bedanken, Herr Oberbürgermeister, für die große Gastfreundschaft und den absolut perfekten Service, den wir von der Stadt bekommen haben. Aber ich komme da nachher. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Geisler. Und ich möchte Ihnen einen Dank zurückgeben für die große Beharrlichkeit. Sie sind ja auch bekannt als Bergsteiger, um diese komplexen Sachverhalte verständlich für die Bürger zu machen und zu vermitteln. In der Tat, wir waren gerne Gastgeber, denn wir wollen ein offenes Rathaus sein, ein Haus des Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die intensiven Diskussionen und vielfältigen Fragestellungen haben gezeigt, dass es beim Projekt Stuttgart 21 wie bei möglichen Alternativen kein Schwarz-Weiß gibt. Die Schlichtungsgespräche haben dankenswerterweise zu einer Versachlichung und höheren Transparenz dieser komplexen Sachverhalte und auch des Projekt Stuttgart 21 unter Neubaustrecke beigetragen. Es wäre wünschenswert, wenn künftig bei großen Projekten die Verfahren von der Entscheidungsfindung bis zur Baugenehmigung schneller realisiert wurden. Hier hatten wir immerhin eine Verfahrensdauer von rund 20 Jahren. Und zugleich wäre es wünschenswert, dass in Ergänzung zu den rechtlichen Verfahren in einer kompakten Weise öffentliche Diskussionen mit Experten pro und contra diskutiert wurden, wie wir es jetzt sehr intensiv in den letzten Wochen hier im Stuttgarter Rathaus erlebt haben. Und insoweit kann dieses von Ihnen, Herr Dr. Geißler, gestaltete Verfahren durchaus beispielgebend sein. Wie soll es weitergehen? Zum einen, wir wollen ein Bürgerforum, Bahnprojekt Stuttgart-Ulm einrichten. Wir werden mitten in Stuttgart eine große Baustelle für die nächsten zehn Jahre haben. Es gilt bei diesem langwierigen und komplexen Baugeschehen die Bürger ebenfalls zu beteiligen. Anknüpfend an die Stiftung wollen wir ein solches Bürgerforum einrichten, bei dem die Bürger ihre Anregungen, Sorgen, Wünsche einbringen können. Dies gilt auch für die gewählten Bürgervertreter, das heißt die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Wir wollen dabei uns unterstützen lassen von Experten und solche Diskussionen via Videotechnik allen öffentlich zugänglich machen. Zum Zweiten, wir wollen eine Stiftung Rosenstein einrichten. Für uns Stuttgarter eröffnet das Bahnprojekt besondere städtebauliche Chancen. Vor rund 100 Jahren wurden die schönen Parkanlagen in der Stadtrichtung Neckar stark zerstört und riesige Gleisanlagen gebaut. Dank Stuttgart 21 können wir über 100 Hektar Gleisfläche mitten in der Stadt wieder verschwinden. Die Stadtteile Nord und Ost können sich wieder vereinen und die Parkanlagen erweitert werden. Und diese wirklich historische städtebauliche Chance gilt es zu nutzen. Und das war der Grund auch, dass die Stadt die Flächen im Vorgriff gekauft hat. Zwar steht ein kleiner Teil dieser Grundstücke schon jetzt zur Verfügung, doch die wesentlichen Flächen können erst ab 2020 bebaut werden. Und deshalb haben wir erneut eine Bürgerbeteiligung gestartet. Durch Workshops mit Jugendlichen werden wir auch die nächste Generation in den Gestaltungsprozess einbeziehen. Denn für die bauen wir ja letztlich dieses Bahnprojekt. Und für die wollen wir diese Stadtentwicklung gestalten. Denn wir möchten gute Zukunftschancen für unsere Kinder und Enkelkinder damit eröffnen. Ich freue mich, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger, ob jung, ob alt, an diesem städtebaulichen Gestaltungsprozess beteiligen. Sie, Herr Dr. Geisler, haben zu Recht darauf hingewiesen, dass ein solches Engagement eigentlich nur dann Sinn macht, wenn diese Grundstücke nicht letztlich durch Immobilienspekulationen vergeben und bebaut werden. Die Stadt hat Planungshoheit, aber wir haben bewusst diese Grundstücksflächen gekauft, um solche Immobilienspekulationen zu verhindern. Und deshalb macht es Sinn, dass wir diese Grundstücke in die Verfügung einer gemeinnützigen städtischen Stiftung geben, eine solche Stiftung unter Kontrolle des Gemeinderats und unter Beteiligung von Bürgern und Experten soll dann städtebauliche Ziele und Inhalte beschließen, die nur mit einer Dreiviertelmehrheit des Gemeinderats wieder geändert werden könnten. Mit einer solchen Stiftung könnte das sichergestellt werden, was vielen Bürgerinnen und Bürgern und auch mir persönlich wichtig ist, nämlich eine nachhaltige Stadtentwicklung unter sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Und dabei sollten wir Schwaben, wir sind ja durchaus ehrgeizig, uns auch ehrgeizige Ziele setzen. Denn ich bin sicher, dass es in zehn Jahren möglich sein wird, ein CO2-freies Stadtquartier zu realisieren. Zugleich wollen wir eine schrittweise organische Entwicklung zu einem lebendigen, sozial vielfältigen Stadtquartier. Dies politisch und rechtlich verbindlich zu vereinbaren, ist mit einer Stiftung Rosenstein besser zu verwirklichen. Auch diese Art der Gestaltung eines großen Stadtquartiers unter intensiver Beteiligung der Bürger wäre beispielgebend für andere Stadtentwicklungsprojekte, nicht nur in Stuttgart, sondern weit darüber hinaus. Und deshalb möchte ich auch diejenigen, die vom Bahnprojekt Stuttgart-Ulm nicht überzeugt sind, einladen, aktiv sich in die städtebauliche Gestaltung einzubringen. Die Schlichtung hat gezeigt, es gibt nicht nur schwarz-weiß bei der Beurteilung des Bahnprojekts. Vielmehr ist Stuttgart 21 das Ergebnis eines langen und komplexen Abwägungsprozesses, der auch gerichtlich bestätigt wurde. Die Parlamente haben wiederholt mit ganz breiten Mehrheiten sich für Stuttgart 21 ausgesprochen. Zur Demokratie gehört die Freiheit, unterschiedliche Meinungen zu äußern und auch zu demonstrieren, aber auch zu respektieren, dass andere unterschiedlicher Meinung sind. Dieses Toleranzgebot hat Stuttgart in der Vergangenheit ausgezeichnet, bei wesentlichen gesellschaftspolitischen Aufgaben, zum Beispiel der Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund. Und deshalb bitte ich Sie alle, ob Sie Stuttgart 21 oder K21 als die bessere Lösung ansehen, die Meinung und vor allem die Person des Anderen zu respektieren, denn nur dann werden wir auf Dauer friedlich in unserer Stadt zusammenleben können. Lieber Herr Dr. Geisler, nochmals vielen Dank für Ihre Arbeit. Vielen Dank, Herr Schuster. Ich mache darauf aufmerksam, wir sind voll dabei, das Zeitkontingent zu überschreiten. Aber wahrscheinlich lässt sich das bei dem versammelten Sachverstand und dem Engagement der Leute nicht verhindern. Jetzt kommt der Herr Pfarrer Bräuchle. Das bürgerschaftliche Bündnis der Befürworter dankt Ihnen, Herr Dr. Geisler, für diesen Schlichtungsprozess im Streit um das Zukunftsprojekt Stuttgart 21 und Neubaustrecke, insbesondere für die bestimmte, aber humorvolle Moderation. Als einen entscheidenden ersten Erfolg sehen wir, dass Befürworter und Kritiker in einen Dialog miteinander eintreten. Wichtig ist, dass Bürgerinnen und Bürger auch im Meinungsstreit dennoch friedlich und auf Augenhöhe miteinander leben können und die Meinungsfreiheit des Andersdenkenden respektieren. Wir konnten zeigen, dass Stuttgart 21 die aktuellen technischen Möglichkeiten zur Schaffung eines hochmodernen und wegweisenden Bahnknotens nutzt. Stuttgart 21 befreit unsere Stadt von den oberirdischen Gleisanlagen, führt bislang getrennte Stadtviertel dichter zusammen, schafft Raum für zukunftsfähige Stadtentwicklung und gibt dem Park diejenigen Flächen zurück, die ihm einstmals durch die Eisenbahn genommen wurden. Sichtbar ist geworden, für uns Stuttgart 21 mit Neubaustrecke ist nicht nur zur Baureife geplant, sondern auch die beste aller Alternativen. Dies ist ein begrüßenswertes Ergebnis der Schlichtungsrunden. Und wir danken ausdrücklich allen, die kritisch und konstruktiv daran mit- und weiterarbeiten. Wir wollen mit diesem Projekt auf ein besseres, ökologisch verantwortetes Mobilitätsverhalten der Menschen hinwirken. Ein weiteres hat die Schlichtung gezeigt. Wir haben als Planer und Befürworter nichts zu verbergen. Und wir sehen die Politiker in einem Lernprozess über die Notwendigkeit eines neuen, partizipierenden Miteinander von Politik und Bürgerschaft. Entsprechend wollen wir unseren Beitrag leisten dafür, dass das durch die Schlichtung gebaute Gewächshaus für neue Vertrauensbildung und sachbezogenen Dialog nicht gefährdet wird. Dazu erhoffen wir einen Grundkonsens in der Anerkennung von Stuttgart 21 mit Neubaustrecke als entschiedenes und legitimiertes Bahn- und Bauprojekt. Dafür werden wir auch weiterhin werben. Das Bündnis der Projektbefürworter erkennt, dass zu einer Vertrauenskultur in einem Gemeinwesen ein versöhntes Miteinander von Regierung und Lebenswirklichkeit und Denkweise der Bürger notwendig ist. Entsprechend sind neue Formen einer Bürgerbeteiligung am politischen Entscheidungsgeschehen zu entwickeln. Hier hat der Schlichtungsprozess neue Perspektiven erschlossen. Wir sind uns sicher, dass künftig in Deutschland Projekte dieser Größenordnung bezüglich Kommunikation und Bürgerbeteiligung nicht mehr hinter die Erfahrungen aus diesem Schlichtungsprozess zurück können. Dies ist ein Ergebnis, das die Projektkritiker zu Recht als Erfolg verbuchen können. Stuttgart hat wie keine andere Stadt in Deutschland eine solche Chance einer Stadtentwicklung, wie sie die Umsetzung des Projektes Stuttgart 21 eröffnet. Hier kann unter Ausschluss von Immobilienspekulation ökologisch vorbildliche innerstädtische Wohnlandschaft mit dem Schaffen von Arbeitsplätzen verbunden werden. Wir freuen uns auf die Bewährung des Gelernten und sind bereit zur Mitarbeit in der Stiftung Rosenstein. Schließlich und endlich nehmen wir aus dem Schlichtungsprozess die Verpflichtung zu Verständlichkeit und Transparenz, um begangene Fehler in Zukunft auszuschließen. Der Dialog soll weitergehen in der Überzeugung, dass die Bauzäune nicht mehr so hoch sein müssen wie zuvor. Wir freuen uns auf ein neues Miteinander in unserer Stadt und Region im Geiste der Verfassungsaussagen zu Menschenwürde und Meinungsfreiheit und Verpflichtung zu bürgerlichem Gemeinsinn. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Bräuchte. Es ist tatsächlich als Erfolg anzusehen, dass Sie bereit sind, in einem Gewächshaus mit Herrn Rockenbauch und Herrn Stocker zu wachsen und zu blühen. So kann ich das sicher verstehen. Vielen Dank. Jetzt darf ich der Frau Ministerin Gönner das Wort geben. Sehr geehrter Herr Geisler, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich zu Beginn zunächst einmal bedanken für die Rückkehr der Sachlichkeit, die, glaube ich, die vergangenen sechs, sieben Wochen sehr stark geprägt hat. Und ich wünsche mir, dass dieser Geist auch nach Ende der Schlichtung weiter gilt, weil ich es für wichtig für die Stimmung in dieser Stadt halte. Ich will mich ausgesprochen bei Ihnen, lieber Herr Geisler, bedanken. Sie haben uns in einer unnachahmlichen Weise durch diese Wochen geführt und Sie haben immer dann, wenn eine etwas schwierige Situation war, ist es Ihnen gelungen, die Stimmung aufzulockern. Dafür ganz herzliches Dankeschön. Das führte auch immer mal wieder zu schönen Lachanfällen. Und ich glaube, Lachen tut dem Menschen gut. Und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön auch dafür. Ich will die Ergebnisse der Schlichtung aus Sicht des Landes kurz darstellen. Die Schlichtung hat für uns gezeigt, Stuttgart 21 ist leistungsfähig. Mit Stuttgart 21 werden pro Tag 37 Prozent mehr Züge fahren als heute. Dieses Angebot wäre mit dem heutigen Kopfbahnhof nicht fahrbar. Wir können einen 30-Minuten-Takt im Fernverkehr realisieren. Und für den Fall, dass in der Zukunft darüber hinaus nochmals weitere Verkehrsbedarfe entstünden, gibt es verschiedene Ausbauoptionen im Projekt. Es ist richtig, K21 ist technisch machbar. Es ist aber kein besseres Verkehrskonzept. Ohne die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm umfasst K21 lediglich eine Sanierung des Hauptbahnhofs. Und die Erweiterung der innerstädtischen und in Teilen die Parkanlagen durchschneidenden Gleisfelder, um kapazitätssteigende Maßnahmen erreichen zu können. Wesentliche Reisezeitgewinne können damit nicht realisiert werden. Wir erkennen an, dass nun ein Betriebskonzept K21 vorliegt. Dieses ist aber nicht geprüft. Und es setzt außerdem voraus, dass eine Erweiterung der Zulaufgleise von bisher fünf beziehungsweise sechs auf neun oder zehn erfolgt. Damit wiederum verbunden ist das Eingeständnis, dass der heutige Kopfbahnhof in absehbarer Zeit an seine Leistungsgrenze kommt. Um annähernd vergleichbare, positive, verkehrliche und städtebauliche Effekte wie Stuttgart 21 erzielen zu können, werden neben der umfassenden Sanierung des Gleisvorfelds und des Hauptbahnhofes erhebliche zusätzliche Infrastrukturausbauten zwingend notwendig. Konkrete Planungen fehlen vollständig. Das ist kein Vorwurf. Das ist natürlich nachvollziehbar. Aber Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren bedingen lange Planungszeiträume. Unter anderem, weil auch bei K21 die Beteiligungsrechte der Bürger nicht ausgehebelt werden dürfen. Allein das notwendige Raumordnungsverfahren, das dem Projekt zwingend vorangestellt werden müsste, würde zwei Jahre beanspruchen. Insgesamt ist eine Planungszeit von bis zu zehn Jahren zu erwarten. K21 ist also ein Baukastenmodell konzipiert. Was als Vorteil vermittelt werden soll, ist ein großes Risiko. Man muss, so sagen es die K21-Verfechter, nicht alles auf einmal bauen, sondern nur dann, wenn auch das Geld zur Verfügung steht. Im Klartext bedeutet dies eine unkalkulierbar lange Bauzeit. Der volle verkehrliche Nutzen entsteht aber erst, wenn alle fünf Module dann vielleicht in 25 oder 30 Jahren gebaut sind. Das heißt aber auch, der ökologische und der wirtschaftliche Nutzen der Erweiterungen wird erst dann eintreten. K21 bedeutet außerdem Bauen unter dem rollenden Rad. Das heißt also Mitbeeinträchtigung für die laufenden Angebote für mindestens zehn bis 15 Jahre oder vielleicht auch eine längere Zeit. Die Kosten für K21 werden hoch sein. Die Entwickler von K21 gehen selbst von 2,5 Milliarden Euro an Kosten aus, ohne dass darin die zahlreichen zusätzlichen Infrastrukturausbauten berücksichtigt wären, die in dieser Diskussion ja auch deutlich wurden. Professor Heimer hat überzeugend dargelegt, dass die Kosten bei circa 3,5 Milliarden Euro liegen werden. Eine Finanzierung dafür gibt es nicht. K21 bedeutet daher zunächst Stillstand statt Fortschritt. Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist für das Land ohne Alternative. Wir brauchen die Neubaustrecke, um im Fern- und Nahverkehr ein attraktives Angebot bieten zu können. Fahrzeitverkürzungen zwischen Stuttgart und Ulm von 54 auf 28 Minuten. Die gerade vom Bund erst durchgeführte Kosten-Nutzen-Untersuchung zeigt, dass sich die Investition in jeder Hinsicht lohnt. Alle Vorschläge für andere Trassenführungen sind für die Umwelt und die Bevölkerung wesentlich belastender. Insbesondere der Ausbau der Filztalstrecke, wie er ja andiskutiert wurde, würde die dort lebende Bevölkerung stark beeinträchtigen. Genau die Bevölkerung, die sich sehr frühzeitig eingebracht hat in den Planungsprozess für die Neubaustrecke. Dagegen bietet die Bündelung mit der Autobahn eine ökologische und raumordnerische gute Lösung. Wer auf die Realisierung von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke verzichtet, verschenkt Investitionsmittel des Bundes in Milliardenhöhe, die im Übrigen in anderen Ländern hochwillkommen sind. Wer heute auf die Realisierung von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke verzichtet, der schadet dem Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Wir sind uns sicher, dieses Projekt wird sich für Baden-Württemberg auszahlen und eine hohe Akzeptanz erfahren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Schlichtung hat auch gezeigt, zum Schnutz der Mineralquellen wurde alles getan. Hier wird mit Gürtel und mit Hosenträger gearbeitet, weil uns allen bewusst ist, dass wir mit wertvollen Gütern umgehen. Seit etwa 20 Jahren begleitet ein Arbeitskreis Wasserwirtschaft die Planungen, um sicherzustellen, dass keine Gefahren für die Mineralquellen entstehen. Herr Professor Wittke hat eindrucksvoll geschildert, wie die geologischen Besonderheiten in der Planung berücksichtigt sind. Das Sicherheitskonzept ist geprüft und bestätigt. Die Wirtschaftsprüfer haben bestätigt, dass nach derzeitigem Stand die Kostenkalkulation der Deutschen Bahn innerhalb des Finanzierungsrahmens bleibt. Auch der Bund steht zu Stuttgart 21 und der Neubaustrecke. Nach alledem bin und bleibe ich überzeugt davon, Stuttgart 21 und die Neubaustrecke sind richtig für Baden-Württemberg. Unser hohes finanzielles Engagement wird sich rechnen. Die Bürger Baden-Württembergs werden von der besseren Verkehrsverbindung profitieren, und zwar überall im Land. Die Bürger Stuttgarts erhalten eine einmalige städtebauliche Chance. Und ich würde mir wünschen, dass Sie uns diese Chance gemeinsam entwickeln und nutzen lassen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Gönner. Jetzt der Ministerpräsident. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte zunächst Ihnen, lieber Herr Geißer, sehr herzlich ganken. Es hat ja seit Ende der Sommerpause mehrerer Anläufe bedurft, um in einen entsprechenden Kommunikationsprozess zu kommen. Und ohne Sie, lieber Herr Dr. Geißler, hätten wir das so nicht hinbekommen. Deshalb vielen Dank für Ihre Arbeit in den vergangenen Wochen. Ich glaube, man kann schon sagen, es hat eine neue Sachlichkeit in die Debatte um Stuttgart 21 gebracht. Und vor allem einen guten Gesprächsfaden zwischen Projektbefürwortern und Projektkritikern geknüpft. Ich bin der Überzeugung, dass es dieser Stadt, aber auch dem ganzen Land gut getan hat. Ich danke auch den Projektkritikern. Ich anerkenne, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man quasi in der Freizeit mit einem unbeschrittenen Maßen Sachverstand diese Diskussion so führt. Und ich glaube, sie hat uns allen gut getan. Ich freue mich, dass es allen gemeinsam gelungen ist, in einen, wie ich finde, fairen und konstruktiven Dialog einzutreten. Mit diesem Ziel hatte ich in meiner Regierungserklärung am 6. Oktober die Schlichtung angestoßen und Herr Dr. Geißler gebeten, diese bekanntermaßen schwierige Aufgabe zu übernehmen. Für mich, meine Damen und Herren, steht heute fest, aus dieser Schlichtung geht keine Seite als Gewinner oder als Verlierer hervor. Ich glaube, Gewinner ist die Demokratie, sind die Menschen in Stuttgart und in Baden-Württemberg. Richtig ist, dass die Politik bei diesem Projekt in der Vergangenheit viel versäumt hat. Richtig ist auch, dass es nicht gelang, der Politik nicht gelang, eine Kommunikation hinzubekommen, die die Menschen mitnimmt. Und richtig ist auch, dass in den letzten Jahren im Zuge dieser Versäumnisse eine ganze Menge an Vertrauen kaputt ging. Ich hoffe, dass wir alle daraus die Konsequenzen ziehen. Ich jedenfalls habe persönlich aus den Ereignissen der letzten Monate viel gelernt. Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands und Europas. Und wir sind in Baden-Württemberg stolz auf unseren Wohlstand, vor allem auf die Innovations- und Schaffenskraft. Wir blicken stolz auf viele Weltmarktführer, auf Erfindungen, auf Patente und auf Talente. Und deshalb kann es sich unser modernes Land nicht leisten, an einer Schlüsselstrecke des Landes eine Infrastruktur vorzuhalten, die rund 160 Jahre alt ist. Unser Land kann es sich nicht leisten, dass der Zugverkehr der Zukunft wegen dieser veralteten Gleise Baden-Württemberg einfach links liegen lässt und uns auf der schnelleren Strecke über Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, München umfährt. Wachstum braucht Wege. Dies war schon immer so und dies wird auch immer so bleiben. Und deshalb braucht Baden-Württemberg aus wirtschaftlicher Sicht das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm mit Stuttgart 21 und der Neubaustrecke hat für die Zukunft des Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Baden-Württemberg aus meiner Sicht der Dinge eine überragende strategische Bedeutung. Mit der ICE-Schnellbahnstrecke und Stuttgart 21 werden wir eine hervorragende Infrastruktur bekommen. Wir schaffen schnellere und wir schaffen vor allem bessere Verbindungen, und zwar im Fern-, im Regional- und im Nahverkehr. Wir binden Flughafen und Messe an den Schienenverkehr optimal an und wir schaffen, wenn Sie so wollen, eine integrierte Verkehrsdrehscheibe. Aber vor allem, meine Damen und Herren, wir schaffen auch viele tausende neue Arbeitsplätze. Und hinzu kommt, gerade für Stuttgart bietet das Bahnprojekt eine historische städtebauliche Chance. Die Entwicklung neuer Quartiere im Herzen dieser Stadt. So viele städtebauliche Chancen im innersten Kern für eine Großstadt gab es in Deutschland nach meiner Beurteilung nur ein einziges Mal, und zwar in Berlin nach dem Fall der Mauer. Und deshalb lade ich alle ein, arbeiten wir gemeinsam an der Gestaltung dieses neuen Stadtviertels. Wir wollen keine Grundstücksspegulationen, wir wollen keine Gigantomanie, wir wollen keine seelenlose Architektur. Uns ein vielmehr das Ziel, in Stuttgart ein lebenswertes, ein ökologisches, ein bezahlbares und vor allem ein familienfreundliches Quartier mitten in der Stadt zu schaffen und die Bürgerschaft daran in einem transparenten und offenen Verfahren zu beteiligen. Es war 1927, als mit der auf dem Stuttgarter Killesberg errichteten Weißenhof-Siedlung ein wichtiges Architekturzeugnis für ganz Deutschland entstand. Lassen Sie uns gemeinsam auf dem neuen Gelände von Stuttgart 21 eine neue Weißenhof-Siedlung bauen. Modellhaftes und vorbildliches Wohnen und Arbeiten im Kontext des beginnenden 21. Jahrhunderts. Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam nutzen. Ich glaube, wir haben durch diese Schlichtung gelernt, dass unsere üblichen Planungs- und Verwaltungsverfahren in ihrer vertrauensbildenden und legitimierenden Wirkung an Grenzen stoßen. Kein Bauprojekt, meine Damen und Herren, darf zur Vertrauensfrage für eine Demokratie werden. Das ist unsere Lehre und es ist vor allem, wenn Sie so wollen, die Hausaufgabe aus diesem Schlichtungsprozess. Bei Stuttgart 21 ist es deshalb jetzt entscheidend, dass wir den Gesprächsfaden mit dem Ende der Sachschlichtung nicht abreißen lassen. Ich möchte den Dialog fortsetzen und ich möchte die Chance nutzen, Stuttgart 21 zu einem echten Bürgerprojekt zu machen. Und ich hoffe dabei auf die Bereitschaft aller Beteiligten, den konstruktiven Geist der Gespräche auch gemeinsam weiterzutragen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Ministerpräsident. Nun kommen wir zu den Plädoyers, der Projekt Gegner. Sie sind ja nicht nur Gegner, sondern sind ja auch für etwas. Also ich sage jetzt einmal zu den Plädoyers des Bündnisses, das darf ich sagen, Sachsonsbündnis, und Sie sich darin versammelt haben. Mir ist gesagt worden, dass der Herr Wölfle anfängt. Deswegen stehe ich schon hier, jawohl. Bitte schön. So machen wir das. Ich muss Sie leider enttäuschen, Herr Geisler. Die Verspätung können wir nicht einholen, obwohl unser Konzept ein besseres ist. Aber wir strengen uns an, Sie zu überzeugen. Jetzt haben wir acht Sitzungen gehabt. Und wenn ich die Stellungnahmen heute Resümee passieren lasse, ist mir leider aufgefallen, dass selbst Sie, Herr Käfer, hinter viele Erkenntnisse und Zusagen aus der Schlichtung zurückgefallen sind. Herr Schuster, Ihnen darf ich versichern, wir werden Ihnen helfen, den Ehrgeiz, eine umweltfreundliche Stadtentwicklung in dieser Stadt hinzubekommen, auf die ganze Stadt auszudehnen und nicht nur auf den Rosensteinpark zu konzentrieren. Wenn wir eins wissen, Herr Ministerpräsident, einen Potsdamer Platz, brauchen wir in Stuttgart auf gar keinen Fall. Lieber Herr Geisler, werte Faktenschlichter der Gegenseite, auch die Neuen unter Ihnen, aufregende und aufreibende Stunden neigen sich zu Ende. Ich möchte allen danken, die zur sachlichen Diskussion beigetragen haben. Besonderer Dank denjenigen, die für die liebenswürdige, perfekte organisatorische Begleitung gesorgt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.